Schönen guten Tag Freunde der Fotografie. Ich bin schon wieder der Alfred aus Herne. Ich habe mir heute mal meine Gummistiefel eingepackt und werde mal ein wenig ins Bochumer Zillertal gehen. Die haben da so einen schönen Wachlauf. Richtig schön natürlich mit richtig angegammelten Hölzer, also umgestürzte Bäume und sowas. Und da werden wir heute mal ein wenig fotografieren. So sieht das aus. Das haben wir jetzt vor und das werden wir jetzt machen. Das sieht zwar alles ein bisschen doof aus jetzt, aber ich kann es nicht ändern. Es ist so, ne. Wer schöne Fotos haben will, muss leiden. So. Zub. 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 Sachen haben wir alle. das haben wir auch stativ haben wir auch das haben wir alles so freunde der fotografie da ist das rundstück unserer begierde ja dann muss jetzt gleich mal runter begeben und dann werden wir das mal so richtig schön in augenschein nehmen wie gesagt die gummistiefel wie an und dann geht's los gucken ob wir ein paar schöne bilder zaubern können mit dem ind filter mit dem reverse filter ich bin noch nicht so ganz sicher auf jeden fall nehmen wir den cpl filter um die spiegelung rauszunehmen ja das wird schon was denke ich so dann wollen wir mal auspacken dann schauen wir mal eben das mikrofon vernünftig festmachen das ist alles nicht so wie ich das will nicht dass unser im wasser fällt das brauchen wir natürlich nicht so haben wir schon mal das stativ wir werden uns hier alles mal ein bisschen kleiner machen und dann werden wir uns mal hier eine schöne position suchen schön breit aufstellen wegen der stabilität ist ja ein bisschen strömung hier ist jetzt nicht wirklich so wild mal gucken was wir so nehmen glaube das wäre hier ganz toll weil schon kleiner wasserfall da ist kleiner so wären mit 700 d und das 10 18 mm damit filme ich gerade dann haben wir mit die 80 d natürlich zwei stative ich muss hier noch mal eine seite legen ich brauche zwei hände dafür erst mal hier ausrichten hier fliegt aber heute einiges rum muss ich sagen von den fischreier gesehen kormoran bussard fast vor der nase gut dann sollte das erstmal gewesen sein mit der aufnahme sende euch gleich die bilder ein das wollte mich jetzt hier die ganze zeit beobachten wie ich alles aufbauen ist ja quatsch ich mache gleich noch wie gesagt den cpl filter drauf den pol filter ja und dann gucken wir mal was wir schönes von der linse kriegen ich denke das werden ein paar schöne bilderchen werden dann sage ich mal bis gleich viel spaß an den bildern nicht vergessen den daumen hoch kostet nichts tut nicht weh fotografie at riona punkt net dankeschön fürs einschalten bis zum zwei disparbs bis zum bis zum Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020